... Gachten jetzt den�零mann... Hier gegenüberst Du S angry... Deilbéblocks... Sieht mittlerweile echt gut aus, bei der Balliwinkel Das schreiende Haus am Schauerberg, die Drachenschanze. Hier lebte einst Rudi Winkler und seine Frau Rita. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Ramona und Rainer. Rainer war ein fleißiger, strammer Bursche. Bereits im Alter von nur fünf Jahren übernahm er schwere Holzerweiten den Wald. Als Rainer älter wurde, hatte er oft Streit mit seinem Vater. Einmal hat Rudi sogar mit einem Hammer nach oben geworfen und ihn nur knapp verfehlt. Laut Rainer war ihr Verhältnis dennoch gut. Ein Streitthema kam immer wieder auf. Rainer wollte Internet. Doch Rudi war vom alten Schlag. Für ihn war eines klar. Rainer, mein Boah, ich sag da was, solange ich leb. Kommt da, grohe Internet jetzt raus. Bitte, Papa, bitte. Rainer, gib mal Ruhe. Doch am 3. Juli 2011, nur einen Tag vor seinem 58. Geburtstag, starb Rudolf Winkler an den Folgen von Prostata-Krebs. Laut Rainer war Rita in jener Nacht, in der Rudi starb, bereits bei ihrem neuen Verehrer. Weshalb Rainer noch heute sehr sauer auf sie ist. Meine Eltern, meine Mutter, mein Vater ist tot. Meine Mutter ist eine dumme Sch***, die irgendwo anders schrummert und mich auf, mir auf uns geht. Rita zog zu ihrem neuen Freund. Seine Schwester Ramona kam irgendwann einfach nicht mehr nach Hause. Und die pflegebedürftige Großmutter väterlicherseits, die auch im Haus lebte, wurde von Rainer ins Pflegeheim gesteckt. Rainer, bitte nicht. So läuft die Welt bei den Mettlern. Es war vollbracht. Nun gab es nur noch Rainer und noch ein paar Tiere auf dem Hof. Den Familienhund Maxl. Oh, der wurde vom Tierschutz geholt. Da er den ganzen Tag im Zwinger sein musste und Rainer sich nicht darum kümmerte. Im Stall gab es noch einige Tauben und Hühner, die alle tot waren, weil Rainer sie nicht gefüttert hat. So läuft die Welt bei den Mettlern. Dafür gibt es jedoch keine handfesten Beweise. Nur die Aussagen von Bekannten und Dorfbewohnern. Die armen Tauben und Hühner hast du nicht gefüttert. Nicht mal das hast du hinbekommen, obwohl du Futter hattest. Die armen Tiere sind qualvoll verhungert und die Leichen der Tiere waren im Stall gelegen. Artenschutz und vor allem Tierschutz und so weiter ist echt wichtig. Ich bin ja auch beim BWF, ich bin ja auch Mitglied beim BWF, das sage ich normalerweise nicht, weil ich will dafür nichts oder sonst was oder ich will dafür keine Anerkennung oder sonst was. Und dann gab es dann noch Rainers Pferd Blue. Das, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Blue! Blue! Er reagiert, aber er sieht mich nicht. Aber um das Pferd musste er sich nicht kümmern. Da es laut ihm genug Gras auf der Wiese hatte. Kannst du ein Pferd verhungern lassen, das auf einer saftigen Wiese steht? Und er wüsste auch gar nicht, warum er sich um das Pferd kümmern sollte. Denn das Pferd gehört ihm ja gar nicht. Blue gehört mir nicht. Der hat mich noch nie gehört. Das war noch nie mein Pferd. Das ist mein Pferd, der Blue. Ich habe kein Pferd. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe kein Pferd. Ich hatte noch nie ein Pferd. Das, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Das interessiert mich ja nicht, dass ich dem Pferd gehe. Ist das mein Pferd? Artenschutz und vor allem Tierschutz und so weiter ist echt wichtig. Hier stand er nun, Rainer Winkler, Rudis Buhr. Er war 21 Jahre alt, hatte keine Verantwortungen mehr und zum ersten Mal gab es sogar Internet im Haus. Ja, Alter, kein Internet, du dummer Buhr. Ich habe Kopfhörder auf, ich höre mich nicht. So, zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Tempel haben wir bereits... Idee, ich könnte auch YouTube machen. Am 10. August 2011 erstellte Rainer dann seinen YouTube-Kanal. Und schon haben wir unseren eigenen Kanal. Ja! Von den ersten Videos ist leider nicht viel bekannt, da Rainer aus Versehen alle gelöscht hat. Ja, ich habe jetzt anscheinend versehentlich alle Videos gelöscht. Ähm, das ist natürlich doof. Die ersten heute bekannten Videos stammen vom 30. Juni 2012. Ein Video, wo Rainer headbangt. Und ein Video, wo er sich bei seinen Abonnenten bedankt. Möchte ich meinen Abonnenten danken. Das ist einmal die V.A.Nessa. Dann Skabula 1. Das nächste ist Ramona Winkler. Meine Schwester. Währenddessen landet eine Fliege auf seinem Mund. Was zur Hölle! 2012 und 13 kamen vereinzelt Videos, die kaum Aufrufe hatten. Wer ist dieser korpulente Meckler? Jedoch wurden einige davon über die Jahre zu Klassikern. Wie zum Beispiel das Sauf-Video mit Aymala. Die Videos vom Drachen waren ein gefundenes Fressen für Trolle. Schaut euch das mal an. Die Typen meint, ich heule wie ein kleines Mädchen. Blöd kann man asser, oder? Rainer nannte die Trolle Hater und erwähnte sie immer öfter in seinen Videos. Anscheinend habe ich mittlerweile wieder einige Hater oder sehr viele Hater. Jeder Internet-User weiß, man sollte Trolle nicht füttern. Doch Rainer ist ein ganz besonderer Mensch. Und es dauerte nicht lange, bis er einen riesigen Fehler beging. Hallo, Ramona Winkler hier. Ramona, pass auf. Ich weiß, wo du wohnst. Irgendeiner, ich weiß es nicht, wer es ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computer-Stimme angerufen und gemeint. Pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg 8 in 91448 im Knochen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Und damit wurde das Drachen-Game angeleutert. Ein Krieg zwischen dem Drachenlord und seinen Hater. Ich will nicht, wir uns verschieben! Das ist echt ein ganz besonderer Mensch. Hey, Madara. Hör zu, auf ihr Landgewinde, weil ich weiß, was wir schaden. Über all die Jahre haben es die Hater nicht geschafft, Rainers Tor vollständig aus der Verankerung zu reißen. Warum? Weil sie keinen Jagdpanzer hatten, oder eine Messerschmitte, oder ein riesiges Schlachtschiff. Sowas hast du auch nicht? Deine Armut kotzt. Hol dir jetzt War Thunder. Hier gibt es über 2000 Panzer, Flugzeuge, Helikopter und Schiffe, womit ihr eure Gegner in Combined Arms PvP wegmedalen könnt. Wir haben mal riesige Bolle, aber jetzt mal Power! War Thunder ist das umfassendste Fahrzeugkampfspiel aller Zeiten. Die Fahrzeuge sind hoch detailliert und voll anpassbar. Kann man damit auch lustige Sticker? Ja! Sticker, Tarnungen und 3D-Dekorationen wie Büsche. Wo ist nur der Panzer hin? Aber mein persönliches Highlight sind die Explosionen. Spiele jetzt kostenlos auf PC, Xbox Series X, PS5 und der alten Konsolengeneration. Aber du hast kein teures Piloten-Equipment? Kein Ding. Alles, was du dafür brauchst, ist deine herkömmliche Maus. Hol dir jetzt War Thunder. Mit meinem Link in der Videobeschreibung bekommst du als neuer Spieler, oder falls du 6 Monate inaktiv warst, Premium-Fahrzeuge, einen Premium-Account, einen exklusiven 3D-Dekorator für deine Fahrzeuge und noch vieles mehr. Aber nur für begrenzte Zeit. Also worauf wartest du? Hol dir War Thunder. Der Drachenlord hat seine Adresse geleakt. Nach ein paar Stunden ist ihm aufgefallen, dass das nicht so klug war. Schwierig. Sehr schwierig. Und er hat das Video wieder gelöscht, was nicht viel gebracht hat. Ihr kennt alle das Internet. Neu hochladen. Nochmal neu hochladen. Besuche gab es dennoch vorerst keiner. Die Hater hatten wohl Angst vor Rainer. Oder ganz ehrlich, von euch traut sich sowieso keiner, wenn er mir mal über den Weg lafft, mich so blöd von der Seite anzumachen. Das hat bei mir das letzte Mal einer gemacht. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Und ich glaube, der hat sogar heute noch Probleme mit der Nase. Keiner von euch würde sich wahrscheinlich trauen, mich auf der Straße so anzusprechen. Er hat mit YouTube weitergemacht. In seinen Videos hat er viele Informationen über sich preisgegeben. Hier einige Stats vom Drachenlord. Magie. Ich habe als Kind tief blaue Augen gehabt. Dann, als ich älter wurde, wurden die so grau-blau. Und jetzt mittlerweile sind sie auch grau-blau. Haben aber manchmal den Hang zu grün und zu blau. Also die switchen ein bisschen zwischen grau und blau und grün hin. Ausdauer. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, ein sehr dicker Mensch bin, bin ich gleichzeitig auch ein sehr fitter Mensch. Also ich bin körperlich äußerst fit. Rainer erzählte auch mal, er sei 15 Kilometer in nur 30 Minuten gelaufen. Damit hält er sogar den Weltrekord. Geschicklichkeit. Leute, ganz ehrlich. Ich habe 5 Jahre lang Kampfsport gemacht. Ich habe vielleicht nicht mehr die Statur wie damals. Aber ich habe keine Probleme mehr gegen 3-4 Leute zu kämpfen, wenn es sein muss. Meine Kicks sind immer noch so hoch wie früher. Einmal war Rainer nachts auf dem Nachhauseweg. Auf einmal standen 3 Männer vor ihm. Einer davon bewaffnet mit einem Messer. Rainer wurde gestochen. Dennoch schaffte er es, die Angreifer mit einem Roundhouse-Kick abzuwerfen. Dass ich mich herumgedreht hätte und dabei so eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe. Hast du auch Gold geleuchtet? Intelligenz. Mir wird immer gesagt, dass ich immer schlauer bin als andere. Rainer ist OP. Er kann einfach alles. Warum kann nicht jeder Mann so wie Rainer sein? Doch warte mal. Den Farbwechsel seiner Augen sieht nur er. Nach zwei Schritten ist er schon außer Atem. Die Narbe von der Stichverletzung gibt es nicht. Sieht man da noch was von der Narbe? Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich habe ja damals erst angefangen, hinzuzunehmen. Wenn man eigentlich wieder abnimmt, sich besser vielleicht wieder. Und sein Roundhouse-Kick, naja. Mann, Alter, jetzt habe ich mir voll die Ferse angehaut, als ich aufgezogen habe am Tisch, Alter. Nach dem Politik-Video wusste auch jeder, dass Rainer nicht der Heste ist. Bei uns sind die Straßen teilweise so schlecht, die haben riesige Schlaglöcher. Mal so 50, 60 Leute engagieren, die dann mal quer durch Deutschland touren und sich mal auf die Straße konzentrieren. Damit könnte man die Arbeitslosigkeit voll runtersetzen. Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen, CSI heißt es, glaube ich, in diesem Reichstag, in diesem Reichstag. Ey, warum macht man nicht ein Gesetz, das man nicht mehr als 4 Millionen besitzen darf? Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Agree. Der Drachenlord ist ein Lügner. Er hat so oft gelogen, er bekam den Spitznamen Lügenlord. Es gibt sogar eine einstündige Lügen-Compilation von ihm. Eine Stunde? Das muss die gekürzte Version sein. Und zwar bin ich 1,96. Ich habe schnell eine Bauchmuskel. Die Qualität von dem Video wird super. Rainer hat ein Auto-Unfall. Ja, genau, deswegen sitze ich ja noch hier. Ich kann keine Lieder nachspielen, aber ich kombiniere selbst Musik mit dem Klavier. Aber ich kann nichts zweimal spielen. Ich und ein Kleingebaut. Ich habe 16,5, Alter. Rainer gab auch vor, selbstständiger Schichtarbeiter zu sein. Jetzt, klar, ist die Sache da, ich jetzt nicht selbstständig bin, auch wenn es keiner glaubt, ist mir auch egal. Aber jetzt, wenn ich früh aufstehe, kann ich halt entscheiden, verdiene ich jetzt die Woche 50 Euro oder verdiene ich die Woche bloß 10 Euro in der Stunde. Natürlich, ne? Rainer hat gelogen, wo er nur konnte. Doch es gab eine Lüge, die über die Jahre immer wieder aufkam. Rainer und das weibliche Geschlecht. Die einzige Freundin, die Rainer je hatte, war eine Fernbeziehung mit Pirtzern. Du hast zu mir gesagt, du hast noch nie eine Freundin gehabt, noch nicht mehr geküsst. Ich habe eine Freundin gehabt, mit 14, 15 war das. Rainer hat Weihnachten mit seiner Freundin verbracht. Im Normalfall verbringe ich das fest so, mit meiner Freundin stehe ich früh auf. Rainer weiß nicht, ob seine Freundin raucht. Ich weiß nicht, dass du im Zimmer rauchst. Meine Freundin raucht ja auch. Oder nicht? Doch. Nö. Weiß ich jetzt gar nicht. Rainer hatte sein erstes Mal mit 26. In der Disco gab es nur eine, das war mit, ich glaube 26 oder 27, ich bin mir ganz sicher. War ein schöner Abend, ja. Mit der bin ich dann noch mit dir nach vorne. Ja, war nicht schlecht. Rainer ist 28 und Jungfrau. Ich stünde mich nicht als alten Opa ab, aber mit 27, knapp 28, immer noch Jungfrau sein, ist meiner Meinung nach einfach ein bisschen arg extrem. Rainer hat sich von seiner Freundin getrennt. Nein, war die zusammen? Fünf Jahre? Glaube ich. Rainer hat einen Sohn. Wer ist denn so ein Mann? Äh, der Red war als vier. Niemand hat Rainer geglaubt, dass er eine Freundin hat. Umso dümmer waren die Gesichter der Hater, als Rainer live im Stream von seiner Freundin mit einem Kissen abgeworfen wurde. Boah ey, ohne Scheiß ne. Was zum? Alter, schmeiß dich ihr Kissen nach mir. Es war aber nicht schwer zu erkennen, dass Rainer das Kissen selbst geworfen hat. Er hat sich den Namen Lügenlord verdient. Lü-lü-lü-lü-lügenlord. Die Lügen sind aber nicht der einzige Grund, warum Rainer gehasst wird. Gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück. Anfang 2015 gab es die ersten Besuche. Man bestritt den Pilgerweg, kehrte beim Roten Herz ein und stellte dem Drachen Opfergaben in Form von Monster Energy und breitsamer Honig vor's Tor. Den Lord ersperrte man dabei nur selten. Die Hater merkten aber schnell, man konnte den Lord aus seiner Festung locken. Einfach ein paar Minuten vorm Tor stehen oder den Lockruf anwenden. Herr Winkler! Er kam herausgestürmt und bot ein kostenloses Spektakel. Rainer hat Leute sogar mit einem Rollator und einer Axt abgeworfen. Das Ganze hat sich über die Jahre hochgeschaufelt. Besuche wohnen immer mehr. Was unter anderem auch daran lag, dass Rainer an seinem Tor einen Posterverkauf gestartet hat? Poster 850. Autogramm gratis. Doch der Höhepunkt aller Besuche stand noch bevor. Im Internet verabreden sich tausende Hater, den Drachenlord am 20.08.2018 gemeinsam zu besuchen. Am 20.08.2018 wird genauso wie die Jahre vorher mit den ganzen Ankündigungen. Jo, am 12.08. Jo, am 11.01. Da wird nichts passieren. Genau wie die vorliegen Male. Die wollen nur Psychospielchen machen. Mit Juckers nicht. Rainer startet einen Livestream auf YouNow. Er regt sich darüber auf, dass der YouTuber Tanzverbot eben vor seinem Haus stand. Jo, Doppelpiece, Leute. Ich schill hier grad so übelst geschickt. Tanzverbot war gleich da. Einige Minuten später wird dann Feuerwerkskörper gezündet. Die Hater sind da. Ich sage, lass sie kommen. Und im Notfall hab ich immer noch meine Fäuste. Tod und Kummer. Mehr als 600 Hater marschieren ins Dorf. Und sie haben nur eine Mission. Die Scheiße muss weg! Die Scheiße muss weg! Polizisten blockieren die Straße zu Rainers Haus. Einige Hater dringen dennoch zur Scheiße vor. Und werfen eine Rauchbombe. Die Scheiße weg! Die Scheiße weg! Doch einem Böller fängt eine Wiese an zu brennen. Und im Polizeifunk spielen Hater ein Drachenlord-Soundboard ab. Hier Müller, wie lauten die Befehle? Kommen! Ich will lika, der mich furzen kann, ohne in die Wurst zu scheißen. Was zur Hölle? Und was hat Rainer während all dem gemacht? Er hat gemütlich in seinem Polizei bewachten Hof gegrillt. Die Würstchen kann ich schon mal runter tun. Aber wie kann es sein, dass all diese Menschen den Drachenlord hassen? Damals war Rainer der dümmliche YouTuber, der es nicht schaffte, Songtitel richtig auszusprechen. Das heißt wirklich D-Alone, also wirklich deutsches D. Die Alone. Sauter Conjuriot. Southern Conjuration. Welker der Stalker. Walker the Stalker. Dissert Night. Desert Nights. Wailing Wall. Wailing Wall. Confusion. Confusion. Natürlich wurde Rainer getrollt, aber gehasst wurde er damals noch nicht. 2015 fing Rainer dann an zu Livestreamern. Er erstellte sich auch einen Teamspeak-Server, um Fanmanagement zu machen. Was ich gerade mache, ist Fanservice, wenn man es mal genau betrachtet. Also wenn du jetzt Fanservice machst, ist das Arbeit? Natürlich, außer der Sonsten. Okay, das war ja meine Frage. Ich habe ja schlecht als Schwertzeilaktivität verboten. Okay. Auf dem Teamspeak wurde schnell klar, was Rainer für ein Mensch ist. Rainer hat immer recht. Wenn du nicht seiner Meinung bist, bist du ein Hater und wirst gebannt. Du kannst auch im Bannhammer schwingen, wenn es sein muss. Die Haut ist ein Organ? Rainer ist da anderer Meinung. Augen zählen als Organe, aber Ohren zum Beispiel Haut, das zählt doch nicht als Organ. Haut ist ein Organ. Doch, doch. Haut ist ein Organ. Du kannst Haut transplantieren, aber Organe sind etwas, was innerhalb... Hier, der erste Satz. Die Haut ist funktioniert das vielseitigste Organ. Die Haut ist ein Organ, Drache. Wisst ihr was? Ich hab dir den Wikilink ver... ...verstellt. Ja, weil sie love your channel. Auch im Livestream hat Rainer sich regelmäßig mit seinen Hatern angelegt, worin er nicht gerade gut war. Ich sitze vielleicht hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. Du weißt über mein Leben so viel wie ein Stein darüber, wie es ist in der Wüste und tief im Wasser und unter der Wüste zu sein. Ein Hater hat Rainer so sehr gehasst, dass er fälschlicherweise einen Brand bei ihm gemeldet hat. Moment. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen Großalarm bei mir ausgerufen von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Etzeller fliegt dir raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Daraufhin ist der Hater im Knast gelandet. Das hat sich gelohnt. Für die meisten Hater ging diese Aktion eindeutig zu weit. Rainer hat das Ganze scheinbar kalt gelassen. Am nächsten Tag war er schon wieder live. Im Hintergrund läuft Equilibrium, das liegt unbesiegt. Das soll ein Zeichen gesetzt werden. Ein weiterer Grund, warum der Drachenlord gehasst wird, ist sein ekelhafter Umgang mit Frauen. Oh, Lina, komm vorbei. Ich hab ein Spielzeug für dich da. Oh, yeah. Userinnen im Teamspeak werden sofort in den Privatraum gemocht. You were moved. Oh, my honey. Und wenn eine Frau nichts von ihm will, ist sie eine Haterin. Ich kann mir eine Beziehung nicht vorstellen. Und ich hoffe, du kannst das akzeptieren. Und ich hoffe, ich hab dich nicht verletzt. Was genau war das jetzt von mir? Sich rumheulen oder sowas? Ich nehme an, jetzt war einfach mal wieder schlicht und einfach komplett verarscht, oder? Ciao. Rainer hat sich an jede Frau rangemacht. Wodurch es sehr leicht war, ihn zu trollen. Rainer wollte sich mal mit einem Fangirl treffen. Hallo, Rainer. Doch am Bahnhof warteten zwei Hater, die ihn mit Cola und Mehl übergossen. Fuck auf, Hater. Und dann gab es da noch den Matt-Woch. Rainer lernte über das Internet Erdbeerchen kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, my honey. Jeder wusste, dass Erdbeerchen eine Haterin ist. Sie hat im Stream sogar Hater-Songs requested. Mein erster Schreck ist da, so wie ein russisches Jahr. Babe, wir müssen uns mal über deinen Musikgeschmack unterhalten, glaub ich. Sorry, aber das ist von einem Hater. Ja, ja, der Dorian-Übermensch ist ein Hater. Schatz, das war ziemlich schlecht. War nicht unbedingt gut fürs Vertrauen auch. Fürs Vertrauen war das nicht sehr gut. Das hat mich gerade unglaublich schockiert. Aber das war ja nur einmal, ach komm, das hat Rainer ganz schnell wieder vergessen. Er kannte sie erst drei Wochen, hat sie noch nie im Real-Life gesehen und wurde aus allen Richtungen gewarnt, dass Erdbeerchen eine Haterin ist. Und dennoch. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du nicht heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber... Oh Mann, ist das dein Ernst? Ja, schon. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dünnste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh Mann, das macht dich. Oh Mann, Leute, ich bin Dorian-Übermensch. Der Dorian-Übermensch ist ein Hater. Genau. Ihr habt mich verarscht. Meine Güte, Rainer. Ich hoffe, der hat euch Spaß gemacht. Durch den Heiratsantrag wurden viele Leute auf das Drachengame aufmerksam. Anfangs hatten sie vielleicht Mitleid. Doch das ging ganz schnell wieder weg. Jemand, der irgendwo auf dem Bau arbeitet, der hat kein Open Office. Weil was anderes kann der gar nicht sein. Warum? Weil der nicht intelligent genug dafür ist. Ich hasse das zu sagen, aber ich wünsch dir immerhin ein bisschen mehr Spenden. Ich könnte die Kohle so gut gebrauchen im Moment. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlecht haben? Entweder ein Pferd oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Jetzt sind es nicht mehr die Juden, jetzt bin es ich. Was interessiert mich, wo irgendwo ein Amoklauf ist? Da sterben gerade viele Menschen vielleicht. Na und? Na und? Bei mir ist es jeden Tag Amoklauf gefüllt. Mich interessiert es nicht, wenn irgendwo auf der Welt Leute sterben. Im Oktober 2021 musste Rainer vor Gericht. Unter anderem, weil er einen Hater mit einer Taschenlampe geschlagen hat und einen Backstein auf einen Hater warf. Das Outfit seiner Wahl für diesen wichtigen Termin war ein zerrissenes Slipknot Shirt. Er wurde zu zwei Jahren Knast verurteilt. Die Hater haben endlich gewonnen. Der Drachenlord ist besiegt. Warte mal, der Lord legt Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft auch. Es kommt zur Berufungsverhandlung. Die Hater feiern schon vom Gerichtsgebäude. Der Lord bekommt bestimmt eine noch höhere Strafe. Nach zwölf Stunden Verhandlung fällt endlich das Urteil. Rainer Winkler, das Urteil lautet, ein Jahr auf Bewährung. Okay, das war's. Ihr könnt wieder gehen, raus hier. Der Drachenlord bleibt unbesiegt. Ich bin unbesiegt. Während er das Gerichtsgebäude verlässt, singen Hater den Lügenlord-Song. Um im Gerichtsprozess bessere Karten zu haben, hat Rainer die Schanze verkauft und war nun obdachlos. Mit dem Geld vom Hausverkauf hat Rainer einen Teil seiner Schulden bezahlt und den Rest gut investiert. In eine VR-Brille. Eine neue Grafikkarte. Zuerst mal steht links oben Republik of Germans drauf. Republik of Gamers. Und ein Wohnmobil. Oh nee, doch nicht. Stattdessen einen extrem unauffälligen blauen Ford Ranger. Das ist so ein richtig fettes Monster. Was denn für einer? Eine Ford Ranger? Ey, das ist so ein Monster, ich sag's euch. Generell Leute, für eure Unterstützung, das kann ich im Moment echt gebrauchen, weil das Auto war echt teuer. Rainer wollte durch Deutschland touren und in Hotels übernachten. Aber irgendwie konnten die Hater immer Rainer Standort herausfinden. Wem gehört nur dieser blaue Ford Ranger vor dem Hotel? Hater haben Telefon-Terror betrieben, schlechte Bewertungen dagelassen. Ganz nett hier, aber in der Lobby wirft ein Oger mit Kot. Und sogar Polizeieinsätze ausgelöst. Rainer wurde aus allen Hotels gekickt und von Hotelketten geblacklistet. Also ist Rainer bei seiner Freundin eingezogen. Oh, mein Honey. Ja, Rainer hatte zum ersten Mal eine Freundin. Und es war keine Gummipuppe. Zum Herrn? Ja. Wem gehört dieser extrem unauffällige blaue Ford Ranger vor dem Haus? Die Adresse seiner Freundin wurde geleakt. Und schon bald hatte er keine Freundin mehr. Am Alt-Schauerberg wurde die Schanze mittlerweile abgerissen. Die Dorfbewohner haben endlich ihre Ruhe. Zur Feier wird ein Dorffest geplant. Wir machen demnächst ein großes Dorffest. Das fand Rainer gar nicht gut. Deshalb hat er dazu aufgerufen, das Dorffest zu besuchen. Was er nicht versteht, die Hater hassen ihn und nicht die unschuldigen Dorfbewohner. Das Dorffest fand ohne Zwischenfälle statt. Am 10. August 2022 hat YouTube Rainers Kanäle gelöscht. Da er eine Upload-Sperre umging. Seitdem ist er hauptsächlich auf TikTok aktiv. Dort stellt er sich als Mobbing-Opfer dar und versucht durch Mitleid Spenden zu ergattern. Keine Spenden! Was ganz gut klappt. Angeblich soll er aktuell nur durch Spenden ein Monatseinkommen von rund 5000 Euro haben. Der Drachenlord wird wohl nie mit seinem Zeug aufhören. Leite Selbstlöschung ein. Und der Hate wird ewig weitergeben. Wenn du merkst, du kannst dagegen nicht vorgehen, warum sagst du dann für dich nicht selbst... Weil ich die nicht gewinnen lasse. Die gewinnen doch nicht. Doch, natürlich gewinnen sie, wenn ich aufhören, weil das genau das ist, was die Macher wollen. Die wollen mich verarschen, die wollen mich fertig machen, die wollen meinen Willen brechen. Und es werden sie nicht schaffen, nicht schaffen, nicht schaffen, nicht schaffen. Was machst du noch hier? War Thunder. Wartet auf dich. Smash den Download-Button härter, als es Rainer mit Wassertiden macht. Aber vergiss nicht, meinen Link in der Beschreibung zu benutzen. Denn nur dann bekommst du als neuer Spieler diese ganzen Goodies. Wie zum Beispiel einen Premium-Account. Das bedeutet, du bist Premium. Hol dir jetzt das Game auf PC, Xbox oder Playstation. The Game Station. The Game Station.